Und damit hallo. Vielleicht hört ihr es, vielleicht auch nicht. Erstens, ich habe einen Tischventilator. Zweitens, ich bin krank. Drittens, ich habe ein neues Mikro. So, es hat noch kein Stativ, deswegen ist es vielleicht ein bisschen zu weit unten, vielleicht auch ein bisschen zu weit hinten. Aber ihr könnt mich hoffentlich hören. Ich merke gerade, dass es total falsch herum ist, aber ja, jetzt auch zufrieden. Okay, wir gehen mal in die Schlacht. Ich habe auch ein bisschen Flammkuchen hier. Und ein Mikro ist geil. Sogar extrem geil. Und auf jeden Fall werde ich das behalten. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich habe jetzt einfach angefangen, weil... Weil... Mikro. Nein. Weil ich das Mikro hatte und ich aufnehmen wollte und ich Bock hatte und ich Bock hatte. Ja, ich habe noch einen. Komm her. Oder wie, was zu uns. Oh, fuck. Das war verkackt. Das war verkackt. Komplett verkackt. Jetzt habe ich Arschkarte. Arschdekarte. Will mich was angreifen. Komm, 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 komm. Popschutz habe ich noch nicht. Popschutz. Ich wollte dich gerade wissen, dass ich es nicht mehr bin. Er ist nicht mehr. Er zeigt vielleicht noch nicht, aber ich bin schon tot. Aha. Und wenn ihr mich nicht so hört, dann liegt es daran, dass mein Kopf ein bisschen weiter hoch, hoch, oben ist. Ach, das ist Mikro. Und das ist halt das Schlechte dran. Deswegen wollte ich eigentlich noch nicht aufnehmen, weil wir keine Stativfarben haben, weil die, weil die Kleppe zu groß ist. Also die Schraube, wo das dran geklebt, klemmt wird, ist zu groß von dem Mikro. Und das war klar. Mann, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie kann ich heute gerade nicht fliegen. Ich bin nicht im Flugmodus, aber du... Ah, Spaß. Spaß beiseite. Es wird gekriegt. Gekriegt? Egal. So. Ich habe mal wieder keinen Timer gesetzt. Okay, das war das Weitere. Ja, okay. Hm, egal. Ja, nee, da werde ich es einfach aufteilen. Oder eh gleich beenden. Wenn ich das nächste Mal sterbe, werde ich beenden. Aber mit meinem geilen Flugzeug. Es regnet auch gerade. Ich hoffe, man hört es nicht. Naja. Also das darf ich nicht hören. Halt doch die Klappe, Mutter Natur. Danke. Ein Zerstörer. Ah. Ich habe einen Zerstörer zerstört. Hab ich wirklich? Ich werde das wirklich gerade zerstören. Ja, setz dich halt vor mich. Ich will das zerstören. Meins. Ich nix Abschusshilfe wollen. Alter, jetzt kriege ich auch noch abschneiden. Die Klaue-Wichs-Knödel-Gesicht. Nee, Spaß. Späsch, Späsch. Boah, Mutter Natur, halt die Fresse. Du gehst nur auf die Eier. Ey, jetzt kotzt sie mich an, ne? Ich komme gleich raus, ne? Da gibt es aber... Ich werde mal versuchen zu landen. Und einfach hoffen, dass ich nicht sterbe. Oh, komm. Da kommt schon einer. Da kommt schon einer. Der will Krieg. Ah, fuck. Falsche Taste. Ja, ich kann auch mal die falsche Taste erwischen. Ja, egal. Doch mehr, Mutter Natur. Jak 7, aufhack. Jak. Jak am Kacken. Nein. Okay. Wenn es euch gefallen hat und ihr mein neues Mikro genauso lebt wie ich. Ich sollte nicht so laut sein, wenn ich so da dran bin. Schreiz in den Komet. Ach, jetzt ist es, ey. Ihr werdet ja auch schreit auf mir. Also, ciao.